Hey Leute, jetzt wieder euer Zor und jetzt muss ich mich erst mal vorab entschuldigen, und zwar, dass der letzte Part extrem langweilig war. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir und, naja. Also, ob ihr die Wahl hättet, oder? Also, weiter geht's. Ich habe es relativ langgefahren. Jetzt gehe ich wieder zurück. So, jetzt noch ein bisschen, ja, so. Wacht, warum die Hände? Du hast einige gute Pokémon, aber sie sind bestimmt, deshalb so gut, weil du sie in Biola City so funktioniert hast. Die Pokémon der Regen waren sicher ganz besonders, ob das Trainer noch sehen. Hier, das ist für dich als kleines Anleggen in Biola City. Wenn du das Pokémon, wie es ein Pokémon gibt, soll angeblich die Stärkung all seine Attacke und die Pflanzen streichen. Dann geht's gleich. Dann kann ich mich schon mal in den letzten Monaten wiederholen. Und da gibt's ein Problem. Kann ich mich nicht tun? Jetzt kommt der erste Kommen-Furring mit dem Holzlein. Wir wollten dann wie beim Holzlein bleiben. Das kann ich mich nicht mehr sehen, denn es soll nicht Parallysiert werden. So, jetzt soll ich mal machen. Ah, einer ans Gesicht, das ich weiß, er bestimmt kann. Ich bin stark, aber ich habe den Sohn, aber... Wie denn das? Ich habe alles mit ihr. Ich dachte nur ein Ende. Nee, okay. Ruckzuck, hier. Woher ist es? Ah, der ist schön. Okay. Das ist nicht verwendet. Bist du nicht. Warum, weil du nicht nicht so gut machst... ...und du местkliere хочешь. Warum, weil du nicht so gut bist... Aber ich bin nicht so gut. Ist das jetzt schon so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. So, ich bin zu beschadet, aber das ist nicht gekriegt. Du bist stark. Jo, ich weiß gar nicht, wie kann ich mich nicht verweisen? So, okay. So, einfach einsprechen. So, wer ist das? Oder hat sie was wie er kam? Hm, alle Teletten hier echt geradiert. Na gut, ausnahmsweise. Oh ja, die Frau macht die Teletten ja gerne. Das war jetzt nichts gegen die Frau. So, ein Niederrhein-Lech. Zum Kaufpassen. Denn es hat die Fähigkeit Gäfte, doch. So, ich habe ein bisschen verdammt. Wie mach es, wie ich habe. So, ich habe ein bisschen verdammt. Aber ich habe ein bisschen vergesagt. Und ich habe einen Begriff. Ja, ich habe ein bisschen verdammt. So, ich habe ein bisschen verdammt. Dann ist die Frau für diese Kursatzdecke. So, ich habe ein bisschen glaube ich 100%ige Schuss. Jawohl! Und flere Sprache. Oh, wir sind auf großer Reis. Wir sind die Welt. Für einsame Stunden. So, hier gibt es noch ein Rocketman. Es gibt noch ein Radfahrt. Es gibt noch eine Flasche. Oh, bäh! Ja! Es gibt noch eine Flasche. Ich verstehe es. Ich habe noch eine Flasche. Ja! weitergeht die 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 muss man sagen ok, Schatz sehr schön so, ich geh zum Zweifel ich nehm jetzt den einen noch zum Steg so ein paar Amma der erste Amma Quapsle und dann auch direkt auf Flach und das muss man sagen aber, ich schmiede bei einem Wasser und es steht auch wenig da vorher eh schon aus oder? aber ich mach grad ein bisschen und ich denke, ich zaube auch nicht und das ist jetzt immer wieder zu sein oder? oh komm das war doch so klar, oder? das muss ich gleich auch gucken aber ich habe ja etwas wo Ah, ich weiß jetzt nicht, dass sonst wieder die Gnose gewohnt ist. Ich stehend. Ich muss mir auch was machen. Ich verstehe nicht die Attacke, was macht. Was macht eigentlich einen Weg von der Rekentanz? Es ist schlecht. Eigentlich die Feuerattacke. Rekentanz verstärkt eigentlich nur noch Wasserattacke. So, und gegen den hier gebe ich jetzt nichts, denn der hat ein Carpado-Team. Und der hat ein Carpado sind einfach nur ein Lash-Pokemon. Für die man eben auch nur kaum Erfahrungspunkte geben. So, und hier gibt es noch eine kleine Laufsendung. Nein, zehn. Ja, ich kenne nicht jeden Pokémon noch. Schon ein bisschen länger, seitdem es durchgezuckt. Okay. Ich bin nicht... Ich bin nicht so, dass wir nicht so weit sind. Ja, ich bin nicht so. Es ist so... Das kommt beim nächsten Tag zu閃sen. Aber das ist schon alles gesetzt. Aber wir haben hier das mit Gust! The doctor... Ich bin keine Angst. Kein Fingert Das werden wir ja sagen. Noch anders als selbstverletzend, aber ich weiß mal, jetzt ist es in die Ecke. In die Ecke, nicht in die Ecke, in die Ecke. Nicht, ich kann was auch. Nicht mehr, wie er, du. Hm, ich bin gleich hinter mir. Wenn ich's nicht mehr machen. Okay. So, wir haben 23 Pokedal. Der wird noch einmal. Mein Tipp ist, jedem die Nummer geben. Das ist jetzt ein bisschen nervt, aber jetzt gehen wir hier oben und zurück. Auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite, gibt's noch ein paar Treppen, und dann kommt's, die habe ich wahrgenommen. Heute lang will ich jetzt nicht kämpfen. So, jetzt muss ich mich nicht. So, jetzt muss ich mich ein bisschen nerven. Ich will, dass ich hier oben bin. So, jetzt können wir das hier drauf. So, jetzt kommen wir hier oben in die Ecke. So, jetzt werden wir uns. Sehr schön. Ich setze da rein. Warte mal, es geht, genau. Tank einsetzen. Jetzt braucht er noch keinen Tank. Dann nehme ich auch Schmeck. Mit diesem Rutsch. Kimpani? Eigentlich gut. Oh, das habe ich noch zu sehen. Hm? Ja. So, Flair schafft das hier. Flair scheint ein Doppelschock. Sehr schön. Ja. So, okay. Jetzt habe ich auch hier angeworfen. Jetzt bin ich wieder auf Pumas. Dann bin ich im Turnier. Beste Attacken. So, und ich will jetzt auf. Dann bin ich im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.